Früher hatte Frieda Stecher aus Denkingen 16 Hühner. Früher, bevor der Fuchs regelmäßig in ihren Hühnerstall einbrach. Ein einziges Huhn mit 4 Jungen ist noch übrig. Doch selbst im Hasenstall sind die Tiere nicht sicher. Ich hab schon Angst. Der hat jetzt alles geholt im ganzen Dorf. Der macht das mal kaputt und holt das Tier sicher auch noch. Es geschah am helllichten Tag, mittags um 3. Der Fuchs, der ist jetzt nur gerade da hergekommen. Und dahinten hat er schon alle kaputt gemacht. Die sind da gelegen. Und dann ist er übers Haar hinauf. Friedas Nachbarin filmte den dreisten Raub. Wo kommst du her? Wo gehst du nach? Da haust du ab, du! Freche sich! Eine tote Henne verschleppt der Fuchs an einen bizarren Ort. Da ist ein Haus. Der hat die Henne in einem Grab beerdigt. Er hat die im Friedhof in einem Grab. Und holt sie im Winter wieder, wenn er halt Zeit hat. Das war ein frommer Fuchs. Der hat das richtig beerdigt. Gottfried Lohr sieht es weniger humorvoll. Auf seinem Hof hatte der Fuchs bis vor kurzem seinen Bau zwischen diesen Heuballen. Dass er seine Beute von dort auf den Friedhof verschleppt hat, geht für ihn eindeutig zu weit. Durch das, dass er auf dem Friedhof die Hühner vergräbt, ist das einfach nicht mehr tragbar. So ein Fuchs muss weg. Besonders, weil der diebische Fuchs nicht nur Hühner klaut. Helmut Gitschis hat er schon zum dritten Mal die Schuhe abgeluchst. Hinter dem Haus hab ich einen Platz zum trocknen lassen und da hab ich vergessen zum reinholen. Der war auf dem Friedhof, der war auf dem Friedhof. Und einer war fast böse. Die koche ich jetzt. Die sind exot, und zwar wegen dem Bandwurm. Das könnte sein, dass da der Bandwurm drin ist. Meinst du das auch? Dafür, dass durch von Füchsen verschleppte Schuhe der Bandwurm übertragen wird, gibt es keine wissenschaftlichen Belege, heißt es bei der Wildforschungsstelle Aulendorf. Doch warum stehen Füchse auf Schuhe? Wir wissen nur, dass Füchse das tun und dieses Verhalten wird auch in ganz Europa beobachtet. Man geht eigentlich davon aus, dass sehr viel mit dem Spieltrieb und der Neugierde der Tiere zu tun hat. Und sicherlich auch mit dem Duft, den ja solche Schuhe durchaus haben. Könnte es sein, dass die Schuhe der Denkinger besonders gut duften? Die zunehmende Besessenheit, mit der der Fuchs auf Schuhjagd geht, lässt darauf schließen. Doch was Helmut Gitschis erlebt hat, übertrifft alles. Am späten Abend ist der Fuchs gekommen und war am Hasenstall. Und dann hat Annette, die Schwiegertochter, den Schuh hier geworfen. Und der Fuchs hat den Schuh mitgenommen. 50 Schuhe bei Landwirt Lohr, noch mal 50 im restlichen Dorf. Das nervt. Doch Ortsvorsteher Karl Abt kann kaum helfen. Von wegen, sonst würde ich der Jäger holen. Ich habe einen Schuhladen auf. Die Behörde weiß davon Bescheid. Die Behörde braucht Jäger, wo das dann eventuell abschießen. Aktuell darf man wohl gar nicht richtig schießen auf Fuchs. Und ja, man muss den Fuchs natürlich auch erstmal erwischen. Und sollten sie ihren fehlenden Schuh erkannt haben, im Rathaus von Denkingen liegt er zur Abholung bereit. Bis zum nächsten Mal.